Ich denke, ich habe eine Entschuldigung. Sprachen Sie Deutsch? Nein, Englisch. Französisch? Nein, Deutsch. Nein, ich spreche nicht, sorry. Ja, Monte Carlo. Alles gesund, oder was? Ich spreche nicht. Ja, da vorne eben, den Kreis gedreht. Entschuldigung, meine Tire verletzt mich da, weil ich eine lange Zeit verletze. Ja, ja. Moin ist Weiner. Ich spreche nicht Deutsch. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich denke, das Auto wird uns hier stehen. Du sahst das Auto? Ja. Wir sind in Stuttgart. Wir sind mit einem fabulanten, sehr laut 570. Und wir fahren mit einem Mini Gumball. Aber schneller. Wir sind in Schweden. Und diesmal sind wir jetzt ein Video. So wir sehen und hören, was die Fahrzeuge sind und sehen. Wir haben unser Winner, der ist mein excellent Pro Pilot. TomTom? Ja. TomTom. Ja, TomTom. Das ist das neue Name. So, wir werden uns hier weitergehen. Vroom vroom. Vroom vroom. Vroom vroom. Vroom vroom vroom. Excuse me, Leute. Where ist die Straße? Vroom 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 vroom? Vroom 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 vroom. Vroom 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 vroom. Wohn which is安すごい vroom vroom vroom. I think you two are the first guys who make me actually come and I am gigantic going, guys. I think you two are the first guys.